Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu A of the Beholder. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, lasst uns erst einmal kurz ausruhen und dann geht's weiter. Ja, ein völlig unnötiges Rätsel, das wir hier hatten. Aber gut, ich meine, was soll's? So, noch mal kurz Essen erschaffen. Wir werden wahrscheinlich das Ding trotzdem von der anderen Seite her nochmal aufmachen, damit wir da sozusagen einen Durchgang haben. Aha. Also hier haben wir gleich wieder so einen Raum und da gleich wieder die Tür. Es gibt verdammt viele Türen hier. Oh, und ein Gifttrank. Super. Äh, nein, den will ich jetzt nicht mitnehmen. Hallo Katze? Der hält das auf einmal viel, viel mehr aus als vorhin. Und man hört weiterhin, äh, man hört weiterhin die, äh, diese Panthers. Also irgendwo müssen es auf jeden Fall noch sein. So, das war die Tür. Das ist dann direkt danach wieder. Oh, da haben wir schon die nächste Tür. Da ist er ja. Bin mal gespannt, wann wir gar keine mehr hören. Ich würde sagen, jetzt. Ja, das ist, glaube ich, der letzte Panda gewesen. Zumindest in unserer näheren Umgebung. Hier höre ich jetzt tatsächlich nichts mehr. Okay, also hier geht es genauso wieder weiter. So. Geht es hier nach unten. Eins, zwei. Geht es nach unten. Und hier sind wir wieder. Und da geht es auch nur zwei nach unten. Okay. Keine Geheimgänge. Kein Schalter. Ne, nichts. So. Na gut. Dann sind wir jetzt wieder an dieser Stelle hier. Das sind wir jetzt hier. Das heißt, wir gehen, können eins nach hier gehen. Aha. Da mal wieder so einen Raum. Und da steht was. Die Listigen und Agilen sollen überleben. Keine Ahnung. Oh, wow, wow. Keine Ahnung, ob mir das jetzt so gefallen, gefällt. Ich habe echt keine Ahnung, ob mir das jetzt so gefällt. Die Listigen und Agilen sollen überleben. Ah. Ne, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Ich bin auch gespannt, was wir da noch alles finden werden. Gibt es da noch einen weiteren Weg nach unten? Oder wohin geht es dann hier? Oder findet man noch schöne, schöne Sachen? Oder ist es einfach nur tatsächlich unnütz? Okay, gespeichert ist. Ah. Dann nimmt man mit. Wer weiß, ob wir das noch brauchen. Also da ist auf jeden Fall nichts. Aha. Hier geht es nochmal weiter. Mit einem weiteren Druckpunkt. Beziehungsweise kann man da eigentlich. Aha. Okay, die Dinger sind weg. Naja, gut. Und da haben wir ein Paladin-Ankh. Sowas, was auch Fahler hat. Einen neuen Helm. Hast du schon einen Helm? Hast du schon einen Helm? Du hast einen Helm. Du hast einen Helm. Ja, du könntest sogar auch einen Helm aufziehen. Ein heftiger Schwert. Ein heftiger Schwert. Nehmen wir mal mit. Ein Schild. Haben wir eigentlich auch schon eine Plattenrüstung. Ich glaube, das ist besser, was wir haben. Das haben wir schon eine Plattenrüstung. Dann darfst du eine Plattenrüstung anziehen. Ja, so passt das. Und ich schätze mal, das war mal ein Paladin gewesen. Nehmen wir mal mit. Vielleicht kommen wir nochmal runter, um... Wie soll ich sagen? Den mal wieder zu beleben, um zu schauen, was für einer das ist. Eins, zwei, drei. Dann geht es hier weiter. Moment. Autsch. Okay, da hat er mich getroffen. Jetzt geht es hier nicht weiter, hier nicht weiter. Aber das war auch irgendwie klar. Zwei und hier. Das waren nur drei. Kombinationsschloss. Beeilung. Ja, super. Das hört sich mal wieder richtig, richtig toll an. So, ansonsten sind wir hier auf jeden Fall fertig. Was finden wir da noch alles? Was finden wir da alles? Also, ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was passiert, wenn ich jetzt da draufgehe? Ich gehe in einen großen Raum rein. Moment mal. Also, hier ist das, das hier. Dann ist das hier, das hier. Dann haben wir hier das. Und dann haben wir hier einen etwas größeren Raum. Also, hier ist dann dieses Feld. Vier. Mal das hier. Ich muss es jetzt erst einmal einfach hier mir anschauen. Äh, Moment. So, das war das. Das war das. Der hier. Dann haben wir das hier. Und da geht es weiter. Und da haben wir eine Tür. Ich muss es mir erst einmal jetzt anschauen. Was, wie, wo. Und die Tür geht so nicht auf. Dann haben wir da natürlich noch ein Feld. Da haben wir sogar noch mal einen Schlüssel. Okay. Schlüssel kommt auf jeden Fall mal mit. Je nachdem, hätten wir auch da runter gehen können. Dann da lang gehen können. Und hätten hier den Schlüssel für diese Tür da oben gekriegt. Ja, und das war's. Ah, und da haben wir das Schloss. Für was hätten wir jetzt diese Kombination gebraucht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, für was wir diese Kombination hier gebraucht hätten. Ah, vielleicht passiert da noch irgendetwas Interessantes. Ich drücke jetzt einfach mal wild herum. Autsch. Ich habe keine Ahnung, für was, wie, wes, wo. Echt keine Ahnung. Na gut. Lasst uns hier mal nach Norden gehen. Eins, zwei, drei, vier. Aha. Also, dann haben wir dann jetzt hier. Moment, das ist jetzt das hier. Eins, zwei. Dann haben wir hier das Loch. Dann haben wir hier das Loch. Und da geht's auch nicht groß weiter. Dann geht's aber hier weiter. Und hier im Süden haben wir auch ein Loch. Ah, vielleicht. Nur vielleicht. Ah, ne. Guck mal. Da hinten ist noch eine Druckplatte. Wenn ich's jetzt richtig seh, geht's dann hier weiter. Und da haben wir eine Druckplatte. So war das eigentlich nicht gemeint. Hä? Okay, soviel zu der Druckplatte. Aber irgendwie, ich hab das da hingelegt. Ja, aber er kommt doch runter. Ich hätte es gedacht gehabt, er kommt da nicht runter, weil das so, ähm, ja, Ding gewesen ist. Aber wieso? Ja, da fliegen wir auch runter. Okay. Hätte ja auch so Löcher sein können, die nur als Dings gewesen sind. Als... Ah, und da haben wir eine Tür, wo es nicht weitergeht. Okay. Hätte ja auch sein können, dass es da so, ähm, Ding gewesen wäre. Äh, wie soll ich sagen? Ähm, ein geheimes Loch, das nur so aussieht, wie wenn's ein Loch wäre. Aha. Okay. Naja, also entweder muss ich dieses Kombinationsschloss da erledigen. Oder wir müssen... Oder wir müssen hier weitergehen. Oder es war's hier von hier gewesen. Guck, da hinten ist eine Platte. Ja, wieso kann ich jetzt hier so ein Stein... Wieso prallt der wieder ab bei uns? Normalerweise schmeißen wir die Steine. Die fallen dann da hinten hin. Gehen auf die Druckplatte drauf. Und das war's dann. Wieso geht das jetzt hier nicht? Ja. Also ich hab keine Ahnung. Also das sieht mir irgendwie sehr, sehr seltsam aus. Ah. So. Also und viel kann's hier eigentlich auch nicht mehr geben. Ah, haben wir vielleicht... Moment mal. Haben wir vielleicht geheime Wände hier? Wo man einfach durchgehen kann? Nee. Hier in dem Gang wahrscheinlich auch eher nicht. Nee. Ah. Ah. Vielleicht muss ich tatsächlich dieses Kombinationsschloss da erledigen. Lass mich mal ganz kurz schauen. Wo haben wir hier jetzt einen Schlüssel? Also wir haben hier einen. Da ist unser Schlüssel. Den haben wir ja schon benutzt. Wir haben... Hier einen. Das da ist nichts. Wir haben hier einen. Hier ist einer zu finden. Hier ist einer zu finden. Und hier. Das hier ist nur wieder ein ganz normales Ding. Okay. Dann haben wir's. Dann probieren wir's jetzt nochmal aus. Also. So. Jetzt haben wir alle gedrückt. Hat es denn von der Zeit gelangt gehabt? Haben wir das... Hat sich jetzt irgendwie irgendetwas geändert? Tür ist weiterhin zu. Die Dinger sind auch weiterhin zu. Und die fliegen weiterhin zurück. Ganz ehrlich? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Vielleicht ist die Kombination... Aber ich sehe ja keine Kombination eigentlich, wie ich die jetzt drücken muss. Und für eine bestimmte Reihenfolge ist es auch ein bisschen... Andererseits. Wenn ich jetzt hier reingehe, dann fliegt doch der hier irgendwie hin. Ist das jetzt der Erste? Heißt das jetzt... Wir müssen den drücken. Wisst ihr, dass man immer diesen grünen Ball hinterherfliegen müsste? Oder so irgendwie. Aber... Nee, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Hm. Ich bin etwas ratlos. Ich muss gestehen, ich bin tatsächlich etwas ratlos. Okay. Also dann... Geschoss haben wir... Essen. Bitteschön. Und es ist noch die Rüstung. Dann haben wir jetzt wenigstens diese Tür mal aufgekriegt hier. Damit haben wir dann quasi... Dieses ganze Ding hier. Dieses ganze Ding hier oben. Ja. Macht so groß wie groß keinen Unterschied. Aber gut. Da... Ich bin mir nicht sicher, ob ich da... Vielleicht muss ich da mal nachschauen, wie das geht. Im Moment bin ich etwas ratlos. Falls ich denn überhaupt was finde. Ich würde sagen, lasst uns jetzt einfach mal nach Level 10 gehen. Weil hier... Wüsste ich jetzt im Moment nicht, was wir noch groß machen sollten. Das heißt, wir gehen hier durch. An dieser Dings weiß ich auch nicht, was man groß machen soll. Aber wir können eigentlich komplett durchlaufen. Und irgendwo waren auf jeden Fall noch weitere Gegner zu hören. So. Auf jeden Fall ist es mal jetzt hier. Dann können wir ins nächste Level gehen. Wie gesagt, da unten in diesem Bereich habe ich absolut keine Ahnung, was man jetzt machen soll. Entweder ich schaue mal nach oder ich lasse es einfach komplett sein. Ich habe keine Ahnung. So. Dann geht es hier auf jeden Fall weiter. So. So. Und weiter mit Level 10. Es geht... Der Weg führt nach Westen. Jetzt sind wir hier. Und da geht es nach Norden. So geht es auf jeden Fall weiter. Und hier geht es nach oben. Okay. Sehr schön. Das sind dann jetzt hier. Dann geht es hier auch nach Norden. Aha. Das ist jetzt dieses Feld. Und hier eine Tür. Hat diese Tür zufälligerweise irgendwo ein Schloss, wo ich jetzt noch nichts sehe? Oder müssen wir da auf diesen Druckpunkt steigen? Oder gehen wir erstmal den anderen Weg lang? Auge? Nee. Gegen so einen Zahn? Auch nicht. Nee, die scheint keinen Schalter zu haben. Ach, da ist auch nochmal ein Druckdings. Oder sind es da keine? Hm. Ich hätte jetzt gedacht, das wären welche gewesen, aber gut. Äh. Okay. Und mehr haben wir hier nicht? Vielleicht muss man alle drei beschweren. Vielleicht sind es tatsächlich Druckpunkte, wie ich jetzt schon gedacht. gedacht mir habe, aber vielleicht muss man alle drei gleichzeitig beschweren. Damit die Tür aufgeht. Ja, das scheint sonst tatsächlich nichts zu sein. Okay, dann lasst uns doch mal. Leg mal den hier her. Ja, ich lege jetzt einfach mal die Knochen dahin. Nö. Geht auch nicht auf. Ah. Geht es da irgendwie weiter? Haben wir hier irgendwo Dinger zum Drücken? Also, das sieht aus wie Druckpunkt, aber, ja. Aber ich kann sie nicht beschweren und dann geht es trotzdem nicht weiter. Also, ich kann sie beschweren, aber es geht nicht weiter. Man hört auch nicht, dass was passiert, wenn man draufläuft. Gibt es da vielleicht doch einen Schalter, den ich aber jetzt noch nicht gesehen habe. Ich drücke wie wild. Nö. Okay. Der einzige Weg, den ich jetzt noch sehen würde. Also, entweder man muss hier durchkommen, aber ich weiß noch nicht wie. Oder wir müssen oben dieses Rätsel machen, wo ich aber auch noch nicht ganz genau weiß, wie das da weitergehen soll. Oder wir müssen von oben runter springen. Wo wäre denn das gewesen? Das wäre hier gewesen. Das wäre überhaupt dieser Tür gewesen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Dass wir quasi da runter springen und dann geht es dann vielleicht weiter. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, die wir machen könnten. Würde ich momentan in Betracht ziehen, das als erstes auszuprobieren. Dann hätte man natürlich noch den Teleporter. Oder die zwei Teleporter, die führen ja in den eigenen Raum. Aber da weiß man halt nicht, ob das 10, 11, 12, 13, 14 oder was weiß ich ist. Nee, 10, 11 oder 12 ist. Muss ja in diesem Gebiet sein. Aber auch das wäre eine Möglichkeit, weiterzukommen. Wie es hier immer weitergeht, keine Ahnung. Also, mit dieser Stelle hier und mit dieser Tür hier. Ja, gut. Schauen wir mal beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut. Und tschüss.